Die Vorstellung ist die Fahrzeugkamera in der Lage von jeder Tages- und Nachtzeit sowie beinahe zu allen Wetterbedingungen zu fliegen. Das ist ebenso, dass wir nach einer einigermaßen verwendbaren Bröne und einer mobilen Startanlage vom Wechsel da zu fliegt sind. Die Bröne ist in der Lage nach vorhin in der Programmierung eine Flugstrecke von bis zu 400 Kilometern innerhalb von 30 Minuten zurückgelegt. Wobei bis zu einer Entfernung von 75 Kilometern die Verwurte-Aufleerungslinisse die Anzatikung sofort zu verfolgen. Dabei kann sich maximal 10 Bildstrecken von jeweils ca. 110 Kilometer Länge und bei Einsatz der Tagoptik 1,8 Kilometer breiter Aufbruch. Die Bröne hat sich bei den Primesmissionen sowohl gegossenen als auch im Prosovo als auch außerordentlich effektives und zuverlässiges Aufleerungsmittel bewährt. Bitte schauen Sie auf die Monitor. Wir zeigen Ihnen nun den Start an und holen. Und ab dafür. Um sich feindlichen Artilleriefeiern zu beziehen wird die Artillerie nach ausgeführtem Feuerauftrag eine Stellungssetzung. Das ist ein Hummerz-Aufleer. Das ist ein Hummerz-Aufleer. Das ist ein Hummerz-Aufleer. Untertitelung. BR 2018 Wir machen die Kursche. Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 GmbH im Auftrag des WDR